Guten Morgen zusammen, man versteht mich vernünftig, hoffe ich über das Mikrofon. Wunderbar. Mein Name ist Roman Rohloffsen, willkommen zum Vortrag über TypeScript. Schon mal vorweg, ich bin seit 18 Jahren Linux-User fulltime und TypeScript ist eine Technologie von Microsoft. Ich hätte mir im Leben nicht geträumt, dass ich mal auf einer FrostCon eine Microsoft-Technologie vorstelle, aber naja, so kommt es dann. Aber keine Sorge, Happy End, nichts Böses, ich bin kein Microsoft-Fan, aber das ist wirklich eine schöne Technologie. Das ist eine Einführung in TypeScript, ich setze nichts voraus, kein Wissen, außer vielleicht eine Abneigung gegenüber JavaScript, die sind in der Regel gut vorhanden. Ich setze mich durch die Folien, das ist viel mehr Stoff, als man in einer Stunde zeigen könnte. Ich habe einfach eine Auswahl von Sprachfeatures, wo ich denke, die machen erstmal sowieso Sinn oder das sind die interessantesten. Es gibt aber keinen Grund, das Ganze linear so durchzuziehen. Also ich plane keine Zeit am Ende für Fragen ein. Unterwegs immer die Hand hoch, ich kann jederzeit auf eine Konsole wechseln, was tippen, habe ich sowieso eingeplant und einfach so wie Fragen auf Poppen direkt Bescheid sagen. Und letztlich schaffen wir in 60 Minuten das, was wir schaffen. Und ist eh nur ein Bruchteil von dem, was man alles zeigen möchte. Okay, kurz über mich, ich bin Geschäftsführer bei der WFK GmbH, wir sitzen in der Nähe von Stuttgart bei Esslingen und haben noch ein Außenbüro in Siegburg, hier direkt die Nachbarstadt. Manche kennen vielleicht The Code Campus, so eine Schulungsplattform von uns, da bieten wir Angular und TypeScript Schulungen an und letztlich, was wir so fulltime machen, ist Web-Entwicklungen mit dem Fokus auf Frontend. Also Server gehört dazu, aber mehr so, weil man irgendwie in die Datenbank muss. Letztlich tun wir uns ein Frontend aus. Es sind aber auch keine Pixelschubser, also dafür brauchen wir auch nochmal andere Designer. Okay, warum sind wir hier? JavaScript, habe ja schon gesagt, eine Abneigung ist immer gut, wenn die da ist. Der Erfinder von TypeScript, ich habe den Namen gerade vergessen, ist übrigens der gleiche, der C-Sharp gemacht hat und Delphi, weiß das jemand zufällig den Namen? Ja, gut. Er hat gesagt, JavaScript skaliert nicht und was er letztlich damit meint ist, es skaliert weder für größere Teams, also wenn man nicht alleine ist, und es skaliert nicht für größere Projekte, also je größer die Code-Basis, desto schwieriger wird es mit JavaScript, das Ganze zu warten. Das ist ein Problem. Ich denke, das kann jeder bestätigen, der mal versucht hat, in JavaScript was Größeres aufzuziehen, was über einen jQuery-Nutzung hinausgeht. Dann, das gehört ja sicherlich dazu, aber das war so der Haupt-Pain-Point, auch den wir gemerkt haben, die Möglichkeit zur Kapselung in JavaScript basiert letztlich auf Convention. Man einigt sich auf ein gewisses Verhalten, wie man den Code strukturiert. Es gibt dann die einzige technische Möglichkeit, dass man Sachen in so Funktionen versteckt, wie Mediely Invoked Functions. Aber ansonsten kennt JavaScript keine Granularität auf Dateiebene, auf Ordnerebene, auf Klassenebene, was auch immer. Und hier so ein paar Beispiele, fragwürdiges Verhalten. Der erste ist immer so der größte Schocker, wenn man das noch nicht kennt. Und wenn wir zwei, also ich vergleiche hier ein String und ein Number mit dem Gleich-Gleich, wie man das jetzt aus Java zum Beispiel kennt. Und das würde mir hier True liefern. Das heißt, der macht automatisch implizit eine Konvertierung, in dem Fall von dem String 1 auf die Number 1. Das ist der Grund, warum es die zweite Zeile gibt. Deswegen würde man so in JavaScript nie vergleichen, sondern das mit den drei Gleichheitszeichen machen. Da wundern sich immer ein paar und sagen, ach, deswegen gibt es das. Da ist es wie erwartet. Deswegen zweite Zeile ist wirklich kein fragwürdiges Verhalten. Das ist so, wie man es haben möchte. Zeile 3, auch ein gutes Beispiel. Ich kann String und ein Number multiplizieren. Würde auch implizit konvertieren. Es ist nur ein kleiner Auszug. Und das Schönste ist, die letzte Zeile, der JavaScript Batman. Hat jemand eine Idee, was dabei rauskommt? Ich gebe euch 10 Sekunden zum Grübeln. Also Array 16 bedeutet, mach ein leeres Array mit 16 leeren Elementen. Verknüpfe die dann mit dem String A-1, was auch immer dabei rauskommt. Und addiere Batman. Du wolltest schon was sagen? Da kommt ganz viel den Nance raus. Genau. Also es ist so schön, es nicht zu zeigen. Deswegen kopiere ich es einmal. Achso. Ja, das ist hier mein TypeScript schon. Und er ist jetzt ein bisschen zu schlau. Deswegen muss ich ihn gerade mal eben ärgern. Dann mache ich es direkt hier unten. Kann man das lesen? Also schön ist, dass A-1 liefert keine Exception, wie das eine vernünftige Sprache machen würde. Sondern der Rückgabewert ist not a number. Und das dann 16 Mal gibt, ein schönen Batman-Intro. Können wir alle singen. Das Schlimme an diesem not a number ist, wenn ich jetzt mal sage, A ist eben dieser Mist. A ist jetzt hier not a number. Ich kann damit natürlich weiterrechnen und alles Mögliche machen. Ich würde nie eine Exception kriegen. Es zieht sich einfach not a number durch meinen Code. Und das Schlimme ist, das kann hier durch, ich sage mal, 20 Methodenaufrufe gehen. Und ganz am Ende sehe ich not a number. Ich habe aber keine Ahnung, wo unterwegs ist da die Berechnung nicht geklappt hat. Also ein schönes Beispiel, warum das Ganze logischerweise für größeren Code nicht so skaliert. Also auch so zum Live-Coding. Ich würde immer hier was tippen. Wechsle dann einmal den Bildschirm in den Browser und das, was wir dann da unten sehen, ist letztlich das Ergebnis. Also ich werde dann immer mit Konsole log arbeiten. Wenn das zu schnell geht, immer direkt Bescheid sagen. Manchmal bin ich ein bisschen zu hektisch. Okay, das nur als kleinen Teaser, warum JavaScript so blöd ist. Deswegen TypeScript. Wie schon angedroht, das Ganze wird von Microsoft entwickelt. Oder wird. Als das rauskam, habe ich so gedacht, eh blöd, bestimmt eine Exe-Datei. Kann ich nicht so anfangen. Schaue ich mir gar nicht an. Aber siehe da, das Ganze basiert auf der Apache-Lizenz. Ist gut. Und wird auch öffentlich transparent auf GitHub entwickelt. Ganz am Anfang lag das bei CodePlex. Das war von Microsoft deren Code-Community-Plattform wie auch immer. Ich glaube, die haben die komplett eingestampft und alles zu GitHub-Migrid. Angeblich ist Microsoft auch der größte Committer. Wahrscheinlich, weil sie ihre ganzen Teams nochmal nach GitHub-Migrid haben. Auf jeden Fall alles transparent da. Apache-Lizenz. Und das Ganze ist in JavaScript geschrieben und läuft als Node-Umgebung. Also auf jedem Betriebssystem, wo Node läuft, läuft auch TypeScript. Wobei, brauchst du nicht mal Node. Also im Browser würde es auch gehen. Braucht einfach eine JavaScript-VM. Das Ganze ist ein Compiler, der den TypeScript-Code nimmt, den wir eintippen. Und der spuckt uns JavaScript-Code aus. Das wird sich dann Transpiler nennen. Also das hier. Also letztlich ein Compiler, der Source-Code generiert und ein Advanced-Transpiler. Macht es auch Sinn. JavaScript selber kennt ja kein Binär-Format oder Byte-Format. Das ist quasi JavaScript-Code. Entsprechend ist das das, was generiert wird. Es gab immer das Ziel, dass der generierte JavaScript-Code möglichst nah an dem ursprünglichen TypeScript-Code ist. Also dass der im Rahmen der Möglichkeiten immer noch lesbar ist. Das wird natürlich umso mehr aufgeweicht, umso mehr komplexere Features wir von TypeScript nutzen. Grundsätzlich ist der Anspruch aber noch da. Also es ist kein obskurer Code, den man nicht lesen kann, wo die Benamungen auf einmal anders sind. Wenn die Variable bei uns in TypeScript A heißt, heißt sie auch in JavaScript nachher A. Ist natürlich auch wichtig für Interoperabilität mit anderen Bibliotheken, JavaScript-Code etc. Dann, das fand ich sehr gut, man das neue Sprachen für bestehende Sprachen entwickeln, kennt die Branche jetzt ja schon länger, besonders im Java-Umfeld. Ich weiß nicht, woher sie so herkommt, aber in der Regel jeder hat auch was mit Java ein bisschen zu tun. Und die bringen auch immer eine eigene API mit. Die sagen also nicht nur, wir haben eine bessere Syntax, wir haben auch eine bessere Klassenbibliothek. Wir haben andere Collection-Klassen, andere Listen, alle Objekte. Und das fand ich immer ein bisschen blöd, weil jede neue Klasse ist erstmal per Definition inkompatibel zu einer anderen Klasse. Das ist ja eine neue API, eine neue Signatur. Und gleichzeitig gibt es aber Bibliotheken in JavaScript, wie zum Beispiel Lodash oder in Java ein Guava, wo ich immer gedacht habe, wäre es doch viel schöner, wenn man das einfach ein bisschen trennen würde. So ist es hier auch gemacht. Das Ganze ist nur ein Compiler. Es gibt keine Laufzeitumgebung, es gibt keine Bibliothek, keine API. Das heißt, es bezieht sich nur auf die Syntax, die ich eintippe. Und zur Laufzeit binde ich ein Lodash, ein Underscore, ein jQuery, was auch immer ein, so wie ich es brauche. Hält den Fokus natürlich auch schön. Ja, gut ausgerichtet. Habe ich ein bisschen noch nicht gesagt, ich sage es hier kurz. Ah, doch, hier käme es. Ups, Verzeihung. Einen Moment. Jetzt ärgert er mich gerade. Da. JavaScript selber ist so der Name der Sprache, den man immer benutzt. Letztlich ist es aber ECMAScript. ECMAScript ist ein Standardisierungsgremium, so wie die Sprache C zum Beispiel von ANSI kommt. Da kommen verschiedene Parteien zusammen, Privatpersonen, Firmen, wie auch immer, so wie das Geld halt da ist, und entwickeln zusammen die Sprache. Und letztlich ist die Basis für JavaScript ist ECMAScript. In Flash gibt es zum Beispiel auch ein ECMAScript-Dialekt, das ist ein Actionscript. Das wird so ein bisschen synonym benutzt. JavaScript, ECMAScript ist im Grunde das Gleiche. Was in JavaScript hinzukommt, ist zum Beispiel die DOM-API, die sich mit dem Browser interagieren kann. Von der Syntax her ist es aber das Gleiche. Und es gibt immer zwei Schreibweisen, ES, also ECMAScript, fünf ist das Gleiche wie ECMAScript 2016. Also die Jahreszahl ist quasi eine Zahl höher, wenn man so möchte. Und was TypeScript macht, ist, es unterstützt auch zukünftige ECMAScript-Features, also die wir noch nicht in unseren Browsern haben, und ist in der Lage, die zurück zu portieren auf eine aktuelle ECMAScript-Implementierung. Beispiel, nehmen wir an, Firefox implementiert ECMAScript-Version 5, TypeScript bietet aber Features aus ECMAScript 6, die schon standardisiert sind, abgenommen, aber noch nicht im Browser vorhanden. Dann kann ich die trotzdem jetzt schon nutzen mit TypeScript und der Compiler übersetzt das für mich zurück. Wirft natürlich die Fragen auf, wieso geht das immer? Und es geht halt auch nicht immer. Es hängt von den Sprachfeatures ab, die ich nutze. Es gibt ein, zwei, die setzen Unterstützung in der Laufzeitumgebung voraus, also in der virtuellen Maschine. Da kann logischerweise ein Transpiler, der nur Syntax transformiert, das nicht für mich automatisch machen. Wenn ich dann aber diese Features nutze und ich sage, mein Tage ist ECMAScript 5, dann würde der Compiler sagen, du nutzt gerade dieses Feature, ich kann dir das nicht zurückkompilieren auf dieses Sprachniveau. Aber es kommt so gut wie nicht vor. Das letzte Mal so Async-Functions zeige ich nachher mal. Und das haben die mittlerweile auch hinbekommen. Also das zurück zu portieren. Und eigene Features, und die zeige ich jetzt natürlich. Das ist das einfachste Beispiel für TypeScript-Code. Und zumindest dürften alle dann gleich denken, das sieht aus wie JavaScript-Code. Ist es auch. Das ist auch eine Definition von TypeScript. Das syntaktisch gültiger JavaScript-Code ist auch immer syntaktisch gültiger TypeScript-Code. Das heißt nicht, dass der Compiler nicht schon was zu meckern hätte. Also in dem Fall jetzt nicht. Das ist alles gut. Also der Compiler würde schon seine Logik losschießen. Aber syntaktisch ist das korrekt. Hier mal so das naheliegendste Feature von TypeScript. Das ist im Grunde wie das davor. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier der Parametername, ich lasse das mal so markiert, Doppelpunkt und dann eine Typ-Annotation. Jeder kennt Java, nehme ich an. Dann würde ich das mal zum Vergleich ziehen. Wenn nicht, einmal kurz die Hand hoch. Wunderbar. Das ist das Gleiche, als würde ich wie in Java den Typen davor schreiben, natürlich mit Leerzeichen getrennt, schreibe ich das hier mit einem Doppelpunkt getrennt dahinter. Das hat gute Gründe, sehen wir gleich. Und das ist auch nicht TypeScript, die das erfunden hätten, das so zu machen. Scala macht das so. Und ich glaube ML-Dialekte letztlich. Das schwimme ich aber ein bisschen. Aber letztlich ist TypeScript nicht die erste Sprache, die das so nutzt. Und es gibt, wie gesagt, einen guten Grund. Wenn ich nichts schreibe, so wie auf der Folie davor, ist das das Gleiche, als würde ich Any hinschreiben. Any heißt im Grunde, wie der Name ausdrückt, alles. Ich weiß nicht, was es ist. Du kannst alles damit machen. Quasi dynamische Typisierung. Der Compiler weiß nichts darüber. Wenn ich also nichts da hinschreibe und der Compiler sonst nichts darüber weiß, dann wird auch nichts bemeckern. Das ist auch mit Absicht. Man hätte ja auch den anderen Weg wählen können, dass ich ihm alles sagen muss, was geht. Aber ich kann den anderen Weg ebenfalls gehen und sagen, ich sage dir nichts darüber, was geht. Und dann kann ich auch alles damit machen. Macht auch Sinn, weil zur Laufzeit ist es alles JavaScript-Code. Und man kann sich nur bedingt komplett von dieser Semantik entfernen. Realistisches Beispiel wäre der untere Code-Block, dass ich nicht sage Any, sondern ich sage, das ist ein String. Also logischerweise ein String. Kleingeschrieben in dem Fall. Und jetzt wird der Compiler überprüfen, dass wenn ich diese Funktion aufrufe, ich nur ein String reinreichen kann. Und hier innen drin, wenn ich jetzt mit diesem Name arbeiten würde, würde ich mal Code-Completion bekommen, all diese Sachen. Das sehen wir nachher immer mehr. Das ist ein Ausschnitt von so den typischsten Typen. Boolean, Number, String, Arrays. Und so ein Inam einfach mal als ein Beispiel. Es gibt mehrere solcher Sachen. Nur, dass man mal sieht, da ist mehr als nur die JavaScript-Typen. Solche Sachen, da tobe ich mich aber nicht drüber aus. Jeder von euch kann sich die Anleitung durchlesen. Ich will ja nur ein bisschen neugierig machen. Und dann schaut ihr euch eh noch zu Hause mal an, was es da alles gibt. Der Grund, warum man sich eben für diese Syntax entschieden hat, also Doppelpunkt getrennt, dann hinten der Typ, ist, ich kann das auch weglassen. Das muss ich ein bisschen, also ich habe für ein bisschen gelogen. Ich habe ja gesagt, bei der Funktion, wenn ich es nicht angebe, ist das wie ein Any. Das liegt daran, dass Typescript schaut sich diese Funktion an, sieht den Parameter und kann nichts darüber aussagen. In diesem Fall ist die zweite Zeile, wenn ich das weglasse, kann der Compiler aber was erkennen, denn ich weise ja ein Boolean zu. Und das nennt sich Type-Inferencing. Dann sagt der Compiler, du hast mir zwar nicht explizit gesagt, welcher Typ das ist, aber du weißt dir ja ein Boolean zu, dann gehe ich hin und markiere diese Variable als Boolean. Type-Inferencing, die aus Unizeiten durch Haskell kennen, das wird da ins Extremst getrieben. Da würde das mit der Funktion zum Beispiel auch gehen, weil da ein globales Type-Inferencing passiert. In Typescript ist es ein lokales. Deswegen geht das hier und nicht bei der Funktion, denn sonst müsste Typescript ja alle potenzielle Aufrufe der Funktion kennen, um zu wissen, was wird da übergeben. Und das setzt erstmal voraus, dass ich den ganzen Code-Basis kenne und auch für Performance ist es logischerweise nicht gut. Deswegen hier würde der Compiler nicht sagen, B2 ist ein Any, sondern es ist ein Boolean, sodass ich das hier auch machen kann. Also B1 kann ich B2 zuweisen. Typischer JavaScript-Code, ich lege eine Variable an, Person mit dieser Struktur, First Name, Last Name. Das davor, also ich hatte bisher nur Strings und dann haben wir sowas gezeigt. So könnte ich eine Struktur beschreiben, Interface, kennt man, denke ich, auch aus Java. Genau die gleiche Syntax drumherum zumindest, also Interface-Person. Und das sind dann die Member, die Properties in meiner Struktur, die ich beschreibe. Und auch hier das gleiche Prinzip, erst der Name der Variable und dann der Typ. Und so könnte ich das verwenden. Das ist das Beispiel von hier oben. mit dem Typen hinten angegeben, also Doppelpunkt Person. Und damit markiere ich diese Variable vom Typ Person. Und der Compiler überprüft jetzt, dass diese Struktur, die ich hier übergebe oder zuweise, dass diese Struktur kompatibel ist zu der Struktur, die hier im Interface definiert ist. Das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft von, Moment, das zeige ich noch kurz. Das ist jetzt das letzte Beispiel von der Folge davor. Also ich habe meine Struktur vom Typ Person, habe eine Funktion, wo ich sage, ich akzeptiere Parameter von diesem Typen. Entsprechend überprüft der Compiler, dass ich es auch nur damit aufrufe. Und hier innen drin habe ich eben meinen korrekten Zugriff, der von dem Compiler wieder sichergestellt wird. Ja, das gebe ich mal kurz. Ich habe hier kurz gesagt, dass es überprüft, ob das, was ich zuweise, strukturell kompatibel ist zu dieser Struktur. Wenn man mit der Java-Brille ein bisschen drauf guckt, dann ist das komisch. Man würde erwarten, dass ich hier eine Klasse mache, die dieses Interface implementiert. Und dann kann ich das zuweisen. Das geht natürlich auch, aber selbst wenn, es wäre nicht das gleiche Verhalten. Java ist ein sogenanntes nominales Typensystem. Das heißt, der Name entscheidet. Der Name Person. Der Name Person Klasse, wie auch immer. Und wenn die die gleichen Namen haben, dann sind die kompatibel. Das macht TypeScript nicht. TypeScript vergleicht immer die Struktur. Wenn ich zwei Sachen einander zuweise, schaut er nur, was ist denn der Inhalt? Was sind die Parameter? Also die Member, die Properties. Was sind deren Typen? Und was weißt du zu? Und wenn das kompatibel ist, dann ist der Ausdruck kompatibel. Ich tippe mal kurz hier ein Beispiel. Ich mache ein Interface, so der Klassiker. HasLength. Und sage, das Ding hat eine Length-Property vom Typ Number. Und ich schreibe eine Funktion, die erwartet etwas von diesem Typen. Und dann, also man sieht, wenn ich jetzt hier Tippe, kriege ich mein Code Completion. Length möchte ich davon ausgeben. Und jetzt lege ich mal zwei Variablen an. Das eine ist ein String, das andere ist ein Array. Und beides hat ein Length-Property. Der String hat ein Length-Property. Das ist logisch, Anzahlzeichen. Und das Array hat auch ein Length-Property. Und deswegen kann ich beides der Funktion übergeben. Der Compiler ist damit einverstanden. Das würde es rot werden, wenn ich da missmachen würde. Weil eben A und B sind strukturell kompatibel zu dem, was ich hier oben angebe. Wenn ich jetzt hier was Neues mache, dann meckert er jetzt hier unten. Ich hoffe, man kann das noch lesen. Er sagt, das Argument vom Typ String, das ist ja das A, ist nicht zuweisbar zum Parameter auf Typen Hearth-Length. Dann mache ich das wieder weg. Geht's. Anfangs ungewohnt, ist aber eigentlich ganz schön, weil es hilft, die Typen-Hierarchie, die man so in seinem System hat, ein bisschen flach zu halten. Ich brauche nicht für alles explizit wieder ein Interface. Ich muss nicht alles im Namen geben. Ich kann einfach die Struktur beschreiben. Ich hätte das auch gar nicht hier so machen müssen. Ich kann auch den Typen quasi hier, ich sage mal, inline definieren. Ich kann sagen, das gleiche von oben, jetzt mache ich das hier weg, das wäre gültig. In Java müsste ich für alle Objekte, die ich so behandeln will, müsste ich sicher gehen, dass sie das gleiche Interface implementieren. Beispiel von String und Nimmerlisten würde das schon nicht gehen. Die haben zwar beide Lengths, aber die implementieren kein Interface dafür. habe ich schon das Problem. Interfaces, so wie ich das jetzt getippt habe, tippt man es natürlich selber selten, dient nur das Ganze mal ein bisschen zu zeigen mit dem strukturellen Typisierung. Selber schreibt man Klassen. Hier einfaches Beispiel, statt Interface schreibe ich Glas, hier meine Properties, instanziere das mit der gleichen Syntax, wie ich das in Java kenne und kann dann hier unten direkt die Werte zuweisen, wie hier. Was ich jetzt nicht zeige, ich sage es kurz, in Java würde man ja mit Getter Settern bei sowas arbeiten, kann man hier natürlich machen. Man könnte aber auch, wie das C-Sharp zum Beispiel macht, dass ich ein Property, also implizit kann ich sagen, oder explizit, Entschuldigung, kann ich sagen, das ist ein Property mit diesem Getter, mit diesem Setter. Dann hätte ich immer noch diese Syntax, aber beim Aufruf wird das über einen Setter gehen, wo ich was damit machen kann. Also für die, die das was C-Sharp kennen, die wissen, was ich meine, ansonsten sprengst du den Rahmen. Auch hier wieder strukturelle Typisierung. Person ist jetzt eine Klasse. Ich sage hier eine Variable von diesem Typen und ich weise einfach ein Objektliteral zu. Ich instanziere da gar nicht die Klasse, wie ich das auf der Folie davor gemacht habe, wie hier. Dann ich weise einfach direkt was zu. Das geht, weil diese Struktur kompatibel ist zu dieser Struktur. In der Praxis macht das natürlich keinen Sinn, weil man hätte in einer Klasse üblicherweise auch wie hier Funktionen und wenn ich das jetzt hier unten so mache, dann meckert der Compiler, denn in dem Fall würde er sagen, die Struktur hier unten, die hat keine SayHello-Methode. Also man kann damit jetzt keinen Mist bauen. Das ist nur wieder um zu zeigen, dass es tatsächlich strukturell typisiert ist. Konstruktor, logischerweise, minimal anders als in Java. Ich schreibe Konstruktor und nicht den Namen der Klasse. Dann hier die Parameter, wie gehabt, Name, Doppelpunkt, der Typ, mit Komma getrennt. Das ist so ein Klassiker, den man als Java-Programmierer immer macht, so die Pojos. Ich habe hier meine Instanz-Variablen, die akzeptiere ich, oder einen Teil davon akzeptiere ich als Konstruktor-Parameter und in meinem Konstruktor weise ich die zu. So ein gängiges Muster, denke ich, kennt jeder. Das ist immer nervig zu tippen. Hier über this greife ich dann auf meine Member-Variablen zu. Anders als in Java ist das this auch Pflicht. Also ich kann es nicht weglassen, ich muss this tippen. Also hier entsinziere ich die Person und rufe die Methode auf. Weil das so ein gängiges Muster ist und das ziemlich nervig ist, also wir haben ja Firstname hier 1, 2, 3, 4 mal stehen für letztlich total stupiden Mist, kann ich in dem Konstruktor bei der Parameterliste kann ich vor den Parameter einen Modifier schreiben. In dem Fall Public. Ich hätte auch Private schreiben können. Also die Modifier gibt es so, wie man sie kennt. Zeige ich nicht extra. Und jetzt wird daraus automatisch eine Instanzvariable, ein Property. Es wird automatisch zugewiesen. Also ich kann wie gehabt hier unten darauf zugreifen über this und für den Aufrufer ist es erstmal nur ein Parameter. Ja? Wird jetzt dann wirklich einen Fehler ausgegeben, wenn ich jetzt in meiner Klasse Person auch noch eine Funktion nach Person definiere? Die Frage war, ob es ein Fehler wäre, wenn ich in der Klasse Person noch eine Methode Person hätte. Nö, das ist ja ein anderer Namensraum. Also Methoden, also der Inhalt einer Klasse, da ist ja kein Konflikt von der Benamung her mit der Klasse selber. Ja, das stimmt. Deswegen ist es zwingend erforderlich, auf Instanzwerte über this zuzugreifen. Und dann ist klar, was gemeint wird. die Klasse wäre ja wie global, zumindest in dem Scope vorhanden, aber wenn ich jetzt hier einen Member hätte, es ist ja gültiger Code, im Grunde sowas zu haben. Person wäre die Klasse, also das Erste, und das hier wäre jetzt die Funktion, um die es gerade geht. Und dadurch, dass ich ja in dem Person über this Punkt darauf zugreifen muss, ist klar, wohin ich hin will. Wenn ich das this nicht schreibe, würde ich das globale, die globale Klasse meinen. Schreibe ich this, meine ich den Member. Aber ich kann es gerne einmal tippen. Ich mache nur das hier alles weg, das brauchen wir ja nicht. Also es gäbe dann hier den Member Person. Ach so, ja, kann ich auch machen. Ja, aber ob es eine Funktion ist oder so, das spielt keine Rolle. Also ich mache mal noch ein A, damit es ein bisschen klarer ist, vielleicht was Auge. Also ich habe jetzt hier einfach zwei Member und in meinem Konstruktor könnte ich jetzt sagen, also ich kann die Äußere instanzieren und der Konflikt mit der Funktion besteht nicht, weil ich greibe entweder so darauf zu oder eben so. Also es ist immer klar, wo ich hin will. Ja. Es gibt kein Overloading, weil das müsste die Runtime unterstützen und ein Overloading geschieht immer anhand von welchen Typen wurden mir übergeben. Da aber die JavaScript-VM kein Dispatching basierend auf dem Typen hat, wird das nicht gehen. Man kann aber mehrere Signaturen deklarieren und da muss man einen Konstrukt implementieren, der kompatibel dazu ist. Das macht man, indem man zum Beispiel Parameter als Any markiert oder Union-Types, Optional-Types und dann da drin guckt, zu welcher Deklaration passend hast du mich jetzt aufgerufen. Also für den Aufrufer würde es gehen, in die Implementierung muss ich quasi per Hand ein bisschen schauen. Typensysteme, kurz ein bisschen Theorie. Wird ja immer verglichen, statisch versus dynamisch, Java versus Python zum Beispiel, wie auch immer. Da werden aber in der Regel zwei Attribute vermischt, die man eigentlich getrennt betrachten muss. Das erste Attribut ist, wann der Typ geprüft wird und die Antwort darauf lautet immer statisch oder dynamisch. Das erkenne ich in der Regel daran, dass eine Sprache irgendwo so ein Konstrukt hat, pang, das ist dieser Typ. Das war jetzt bei uns hinten mit dem Doppelpunkt, dass ich ihn weglassen kann, okay, aber es ist per Inferencing quasi immer noch da. In einer dynamischen Sprache sind das einfach wie Symbole und ich weise denen Werte zu und ist es hier ein String und ein Statement weiter, ist es ein Number. Also daran würde ich das in der Regel erkennen. Die andere Frage ist, wie streng der Typ geprüft wird. Bei einer schwachen Typisierung, hier ein Beispiel, ich addiere einen String und eine Number. Das würde in Java ja zum Beispiel gehen. Die Regel ist einfach, wenn ich mit einem String etwas konkateniere, wird auf alle anderen Operanten Two-String aufgerufen. Ist sicherlich nicht das schlimmste Beispiel für schwache Typisierung. Schlimmer ist, wie ich das vorhin mit Not-a-Number gezeigt habe. Zeigt aber, dass es diese Achse gibt. Anderes Beispiel, wie hier, ich habe eine String-Zahl und addiere die 5 und ich muss explizit per STR, also der String-Funktion, das konvertieren. Das obere, das, was noch markiert ist, ist ein Beispiel aus Java. Das untere ist ein Beispiel aus Python. Also eine Sprache, die dynamisch typisiert ist, ist in dem Fall strenger typisiert als Java. Und das zeigt, dass es wirklich zwei verschiedene Achsen sind, die man betrachtet. Und das erkläre ich deswegen, weil TypeScript in dieser Klassifizierung wirklich ein Exot ist, denn es ist statisch typisiert. Ich habe einen strengen Compiler, der ist sogar sehr streng, wenn ich nicht gerade any hinschreibe. Es ist aber, oder es bleibt weiterhin schwach typisiert. Das liegt daran, weil die virtuelle Maschine immer noch JavaScript ist. Der Compiler macht aber immer mehr von Versions, zur Version kamen immer mehr Prüfungen rein, dass ich es eigentlich nicht mehr schaffe, Mist zu programmieren. Also diese Not-and-Number-Fehler, die fängt eigentlich der Compiler schon. Das kriege ich nur dann hin, wenn ich über any-Werte ihm quasi die Prüfung ausschalte, ihm dann Mist gebe, dann habe ich wieder Not-and-Number. Wenn ich aber meine Typen mit Strings, mit Number etc. annotiere oder das inferren lasse, dann fängt der Compiler mittlerweile all diesen Mist. Das haben wir vorhin gesehen, als ich hier versucht hatte, diesen JavaScript-Batman zu machen. Da wurde da ja alles rot und er hat gesagt, das und das geht nicht. Ich husche jetzt weiter durch die Features. Var ist der übliche Weg, in JavaScript Variablen anzulegen. Hier mal so eine Frage in die Runde. Ich lege zwei Variablen an A und B, mache dann hier einen Block auf, if true, einfach nur, damit ich einen Block habe, schreibe darin wieder A, also hier oben das A, war A gleich 10 und B gleich 20 und gebe dann A und B aus. Also ich fange an mit 1 und 2 und 10 und 20 hier drin. Wer glaubt, dass das Ergebnis hier unten 1 und 20 ist? Ein Drittel, würde ich mal sagen. Also es ist interessant, weil es immerhin heißt, dass ein Drittel des Raums falsch liegt, bei so einer Sprache wie JavaScript, die hier irgendwo banal ist. Das Problem ist, dieser Drittel hat jetzt gedacht, das wäre ein Block und das JavaScript lexikalisches Scoping hätte. Also dass ein Block ein neuer Scope ist, ist aber nicht der Fall. JavaScript kennt genau nur einen Scope und das ist Function Scope. Das heißt, alle Variablen, die ich deklariere, die rutschen nach oben, die babbeln nach oben bis da, wo die nächst umschließende Funktion ist. Das heißt, dieses var A ist redundant zu dem hier. Es ist aber die gleiche Variable. Deswegen gibt es, das hatte ich vergessen zu sagen, ein paar Features, die ich zeige, sind nicht nur TypeScript, sondern auch durchaus in der neuen ECMAScript-Version. Ich habe mir jetzt aber mal gespart, immer hinzuschreiben, ob das auch ein ECMAScript ist. Statt var schreibe ich let und let ist dann tatsächlich lexikalisches Scoping. Also dann hätte auch dieser Drittel recht. Dann wäre dieses A wirklich ein anderes A als das hier oben und dann wäre die Ausgabe 1 und 20, genau wie gehabt. Hier wäre sie gewesen 10 und 20. Also dieses A ist letztlich dieses A. Die Deklaration der Variable rutscht nach oben, nicht die Zuweisung. Genau, also ein vernünftiger Editor, ah, die, danke, Frage wiederholen, Frage war, ob ich wirklich zweimal wahrschreiben kann. Es ist kein Fehler. Also jeder Editor würde das bemängeln, also man hat ja mittlerweile in den Editoren so ein Linting auch mit drin, aber es ist aus Sprache der JVM, der Virtual Machine, aus Sicht der Virtual Machine kein Fehler. Deswegen immer Let und ich sage immer, das ist das Post-It am Monitor, immer Let schreiben und das aber auch wieder weg, sondern Post-It und Const hinmachen. Das ist genau wie Let, hat also auch lexikalisches Scoping, ist aber quasi wie ein Final, also ich kann den Wert nicht neu zuweisen. Und das einfach angewöhnen, räumt den Code auf, ich sage mal, 9 von 10 Variablen verändere ich eigentlich nicht mehr, nachdem ich sie deklariert habe. Die bekommenden Wert sind letztlich ein Shortcut vielleicht von der Berechnung, von einem Rückgabewert und ab dann mache ich mit dem Wert weiter. Und da sich die Neuzuweise passiert, sehr selten, 10% vielleicht. Deswegen immer Const ist das schönere Schlüsselwort in dem Fall dafür. Wie ein Final in Java. Auch ein wunderschöner Bug in JavaScript, das, ich nenne es mal this bug, weil es ist kein Bug, das hätte ich ja so gewünscht. Ich fange mal hier oben mit einem Array an, 1, 2, 3. Dann eine Klasse, hier mal als Beispiel, so ein Modifier, spielt aber keine Rolle, entscheidend ist, ich habe hier so eine Instanzvariable n mit dem Wert 1. Dann habe ich eine Funktion iter, iterieren, und dann sage ich, okay, iteriere über alle Zahlen, hier oben, und dann übergebe ich ihm für jeden Durchlauf ein Callback, also diese Funktion. Die wird also für jedes, für jeden Eintrag hier oben aufgerufen, und dann gebe ich aus die Zahl, das ist dann der jeweilige Eintrag, plus this.n. Ich habe es natürlich schon gespoilt, steht ja auch hier, das ist ein Fehler. Weiß jemand warum? Oder wer hätte gewusst, dass es ein Fehler ist? Das ist eigentlich viel schöner. Okay, also dann sage ich mal zweieinhalb. Das Problem ist, dass dieses this erst recht für Java-Programmierer total irreführend ist. Man könnte das besser nennen Invoker, denn der, der die Funktion aufruft, der bestimmt, was da drin das this ist. Punkt. Das ist ein this. Wenn ich jetzt, wie hier, sowas mache, jetzt ist natürlich das hier ein ganz blödes Beispiel, wenn ich jetzt so diese Funktion aufrufe, dann ist das Syntax, das bedeutet, dass das, was vor dem Punkt steht, reiche das in die Funktion als this rein. Deswegen Invoker. Das ist die einzige Stelle, wo JavaScript mir hilft. Syntaktisch ist es das Gleiche, als würde ich hier ein Apply aufrufen, ihm dann sagen, das ist dein this-Argument und du bekommst keine Parameter. Also, ziemlich gaga, das Ding dann so this zu nennen und sich darauf zu verlassen. Deswegen ist, dieses this, würde ich das so testen, wäre das globale Objekt. Quasi im Browser wäre das Window. Hängt ein bisschen davon ab, ob ich diesen useStrict-Flag einschalte. Wenn ich useStrict einschalte, was man immer machen sollte, ist this in dem Fall zumindest undefined. Dann kriege ich eine Fehlermeldung, dass ich auf undefined das End nachschlage. Wenn ich das aber nicht einschalte, wäre das das globale Window-Objekt. Also der Fehler ist, also diese Funktion, hier darin verliere ich das this, das das Äußere ist, weil der, der das aufruft, nicht mehr wieder neu reinreicht. Dafür gibt es dann die Arrow-Functions, einfach eine andere Syntax. Ansonsten ist der Code der gleiche. Statt Function und, also jetzt kennt man, habe ich hier meine Parameterliste. Wenn ich nur ein Parameter habe, kann ich die Klammern weglassen. Dann mache ich einen FET-Error. Nimmt man FET, weil es zwei gleiche Zeichen sind. Andere Sprachen, wie Java 8, macht Thin-Arrows. Das ist mit so einem Minus-Symbol. Also dann diesen FET-Error und dann den Block. Wenn ich jetzt mehrere Zeilen habe, mache ich das mit geschweiften Klammern. Bräuchte ich hier gar nicht. Wenn das nur ein Statement ist, kann ich die geschweiften Klammern auch weglassen. Und diese Arrow-Function, die betreibt für mich ein this-Capturing. Das heißt, die schaut, was ist um mich herum. Der this-Scope macht ein Capturing. Das sieht man, würde man im Code finden, wird dann eine Variable angelegt, this-Unterstrich gleich this. Und dann ist sie gecaptured. Und hier drin wird jeder Zugriff auf this, wird umbenannt in this-Unterstrich. Und dann wird diese gefangene Variable quasi referenziert. Die Frage war, ob das jetzt TypeScript-Feature ist oder ECMAScript. Das ist in dem Fall auch ein ECMAScript-Feature. Das optional skippe ich auch. Das und das skippe ich. Ich würde lieber noch ein paar schöne, also ich kann immer noch zurückgehen, aber ich möchte lieber noch ein bisschen tippen. Hatte mir noch ein paar schöne Beispiele für Live-Coding aufgehoben. Das ist IntelliJ. Ich gleich mache nur eine Folie über Tools. Ich muss leider so ein bisschen gebückt stehen. Ich hoffe, kann man das so nach dem Mikrofon gut hören. Ich zeige jetzt ein Feature. Das sind sogenannte Strict Null Checks. Die muss ich im Compiler einschalten. Es gibt eine Datei, die ich in meinem Projekt immer habe, die ts-config. Ich zeige jetzt nicht alles, in dem Fall nur diesen Eintrag. Standardmäßig ist das False. Und damit schalte ich eine strengere Nullprüfung ein. Was heißt das? Ich sage, ich lege hier eine Variable an und weise eine 1 zu. Jetzt Inferter Compiler. Ich müsste es jetzt nicht hintippen. Ich mache es mal. Das ist vom Typ Number. Das ist das Gleiche. Wenn ich jetzt eine Zeile drunter das hier schreiben möchte, in Java wird das gehen, in TypeScript nicht. Er würde sagen, Null kann ich nicht zuweisen. Das ist dieses Verhalten, das ich einschalte mit dem Strict Null Check. Kurz ein bisschen Theorie. In Sprachen, die Klassen, die bilden ja eine Hierarchie. Und ich habe zwei Spezialfälle in dem Ganzen. Ich habe einen Top Type. Das ist in Java ein Object. Und ich habe Bottom Types. Das ist zum Beispiel ein Null. Klingt ein bisschen komisch. Aber zu dem Wert Null muss so ein Mathematiker, Typentheoretiker sich ja auch irgendwie den Typen Null überlegen. Und wenn ich ja den Wert Null überall einsetzen kann, dann muss das ja ein Typ sein, der implizit von allen vererbt, den ich überall einsetzen kann. Das ist mit Bottom Type gemeint. Und mit diesem Strict Null Check deaktiviere ich dieses Verhalten. Da ist Null komplett disjunkt und kein Bottom Type mehr. Andere Sprachen überlegen sich da speziell Konstrukte. Also optional in den Java 7 kam das. Nee, glaube ich 8. Ich weiß gerade nicht genau. Davor in Java hat man eigentlich immer länger benutzt, weil dieser Null-Pointer-Bug letztlich nervt. Ich glaube auch der Erfinder von war in der Scheme? Ich weiß es nicht. Der Null erfunden hat, hat auch gesagt, das war der One-Billion-Dollar-Mistake, das Konzept von Null sich zu überlegen. Ich bin mir sicher, jeder hier, der auch halb was mit Produktivsystemen zu tun hat, kennt Null-Pointer-Exception im Log. Also wird jeder haben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es ist einfach ein Loch im Typensystem, mit dem ich nur Mist bauen kann. Kann ich hier ausschalten. Natürlich ist dann die Frage, aber Null ist auch sowas wie optional. Das ist das nächste Feature, denn ich kann in TypeScript, es gibt sogenannte Union-Types, mit dem mache ich so ein Oder-Symbol. Und dann kann ich sagen, okay, diese Variable ist Null, Number oder Null. Ich kann es auch beliebig viele machen, ich kann es sagen, oder ein String. Jetzt kann ich das hier machen. Ich muss hier mal eben Mist tippen. Ich lasse es kurz, dass ihr nochmal seht, was der Compiler alles macht. Und wenn ich jetzt auf Blat zugreifen will, er bietet mir jetzt hier gerade das Code-Completion für die Number an. Das ist, weil der Compiler weiß, dass nichtsdestotrotz das Ding eine Number sein wird. Der erkennt den Kontrollfluss in dem Code. Deswegen muss ich ihn mal kurz hier ärgern, mit diesem S-Any das ausschalten. Und jetzt habe ich hier eigentlich nur noch Mist, das ist jetzt mehr so IntelliJ, der hier meint, mir alles Mögliche anzubieten. Ich kann jetzt hier nicht sagen, Blat Substring 2, das wäre so ein Wert für String. Dann sagt er zu Recht, Property Substring does not exist on type String oder Number. Deswegen kann ich einfach sagen, if Blat Instance of String, So würde ich das machen, als JavaScript-Programmierer. Und das schöne ist, TypeScript hat sich da gar nicht ein neues Konzept überlegt, sondern die sagen einfach, wir verstehen ab sofort, was ein Type of und Instance of ist. Und jetzt weiß der Compiler, dass da drin muss Blat ein String sein. Ich muss auch gar nicht casten jetzt. Also der Compiler weiß, in dem if ist es ein String. Entsprechend kann ich jetzt hier drin auf alle String-Werte zugreifen. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Ich mache mal ein String-Array, weil String-Array und String haben ja beide die Length-Methode. Deswegen mache ich jetzt mal was anderes. Und zwar sage ich, wenn Blat ungleich null, dann muss es jetzt ja ein String-Array oder ein String sein. Entsprechend kann ich darauf längst zugreifen, weil das beide haben. Sowohl String-Array als auch String. Ich könnte auch weitermachen. Als if, was hatte ich? Type of Blat gleich gleich String. Jetzt weiß er, dass es ein String ist. Der Else ist ja gerade zu schlau wieder, weil ich das hier oben so mache. Das einfach kurz ignorieren. Und im Else-Branch weiß er, dass das ein Array ist. Also die Meldung, die er jetzt hat, ignorieren. Das ist, weil er immer noch zu schlau ist. Ich müsste das jetzt hier wegmachen. Wenn ich das aber so mache, dann weiß er immer noch, ich weiß das nie zu. Das wird never sein. Grundsätzlich ist es aber korrekt, was ich hier zeige. Ach, genau. Ich müsste es ja auch da reinmachen. Vielleicht reicht es doch. Zack, super, danke. Also ich hätte es natürlich auch als verketten müssen, aber so hatte ich jetzt das falsch verschachtelt. Hier drin weiß ich das kein Null. Da muss es das oder das sein. Und man sieht, er erkennt, dass dieser Else, es muss jetzt ein Array sein. Sonst könnte ich hier ja nicht Push aufrufen, die Array-Methode. Das Schöne ist, wie gesagt, keine neue Syntag, sondern das ist genau der Code, den man in JavaScript für sowas machen würde. So, ich würde es wegmachen, wenn es keine Fragen dazu gäbe. Ja? Ich habe die Frage leider akustisch nur halb verstanden. Also die Frage war, ob String vom Array oder Number. Also ich hätte jetzt hier noch String. Vielleicht machen wir es nachher gleich am Ende nochmal kurz, weil ich verstehe die Frage auch akustisch leider nur so halb. Ja, das würde gehen, weil das ist immer noch valide. Also ich könnte jetzt hier drin, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist die Frage, also ob ich jetzt hier mit noch Strings addieren kann. Sowas? Oh, ihr müsst. Ja, da müsste ich ja hier oben den Number haben und dann muss ich hier, ist diese Prüfung jetzt natürlich falsch, deswegen ich hatte jetzt ja mit String und String Array, würde ich, machen wir mal so, wenn es Number ist, dann kann ich damit ganz normal die Number-Operation machen. Aber ich habe die Frage, ich sie darf auch, wenn ihr oben macht, String Array, dann wieder den String macht. Also ja, so wie man es gerade hat und dann ohne eine Aufmerksamfrage addiere, oder dann passiert. Also wenn wir jetzt nur zwischen, wenn wir oben einfach String oder Number haben. String oder Number. Genau. Und jetzt addieren wir einfach eine Frage, ich glaube, die Antworten können auch ich schmeißen, wir addieren einfach bla. So. Ja, genau. Also, ich wiederhole die Frage nicht, weil im Grunde ist die Frage, ob das geht. da sagt da dieser Operand plus gleich, also Addition geht nicht auf String oder Number. Und wenn ich das mit einem String mache, geht es und ab dann ist bla ein String. Ja. Ja. genau, das ist einfach nur, die Frage war, warum ich hier dieses Konstrukt stehen habe. Das ist nur, damit ich es demonstrieren kann. Der Compiler analysiert relativ clever den Code-Fluss. Und wenn ich nur schreibe gleich eins, dann weiß er, in Zeile vier ist es eine Eins. Und dann ist so eine Prüfung, das muss ein Laufzeitfehler sein. Wenn ich jetzt hier das als String behandle, das wird ein Fehler sein. Und damit ich diese Prüfung ausschalte, ärgere ich ihn einfach nur und zwinge es als Any zu betrachten. Und damit markiere ich diesen Wert eins als ignoriert, dass es eine Eins ist, tue so, als wäre es alles Mögliche. Richtig, also die Frage war, ich hatte vorhin String oder Null oder String Array und das, was ich hier angebe, passt in keinster Weise zu dem hier. Völlig korrekt, ist auch ein blödes Beispiel von mir dann in dem Fall gewählt. Es hat funktioniert, weil ich mit dem, also Any ist wie ein Cast, ich caste diesen Wert, den Value 1 auf ein Any und Any schaltet die Tütenprüfung aus und ab dann kann ich Mist bauen. Deswegen das nie machen, nur ich brauche das in dem Fall, um einfach tippen zu können. Okay, so, das habe ich, Map Types, dafür kopiere ich mir ganz kurz Code, muss jetzt nicht alles tippen. Das ist so ein gängiger Use Case, den man eigentlich in der Frontend-Programmierung hat. Zum Beispiel ein Kollege von uns hat ein Tool geschrieben, um aus unseren Java-Klassen, die wir im Server haben, automatisch Typescript-Interfaces zu generieren. Macht Sinn, weil über Rest-Interfaces kommen diese Typen ja zum Client und wieder zurück und damit wir es nicht doppelt tippen müssen, haben wir so ein Compiler-Plugin geschrieben. So, das heißt, wir haben im Frontend solche Interfaces, wie in Zeile 1 bis 5. Wenn wir aber damit arbeiten wollen, oft sagen wir, wir legen jetzt ein leeres Objekt davon an, das rutscht erstmal durch Formulare und ganz am Ende schicken wir das zum Server, das sähe dann irgendwie so aus, dass ich sage, okay, Person ist, puh, ja, ist ein leeres Objekt. Und dann will ich eigentlich danach, nach und nach, darauf zugreifen. Das Problem ist, dass er mir an dieser Stelle schon meckert, weil das, was ich rechts ihm zuweise, dieses Objekt-Illiteral, passt nicht strukturell zu dem hier. Bei drei Werten wäre das nicht so schlimm, aber wenn da 20 Werte drinstehen, ist es nervig, wenn ich alle wiederholen müsste. Was ich dann mache, machen könnte, bitte nicht machen, ist, das hätte der Kollege so machen können, das ist das Interface, was er generiert, wird mit dieser Syntax, werden alle Member als optional markiert. Das ist dasselbe, als würde ich schreiben, String oder Undefined. Hat aber eben auch zur Folge, dass jetzt alle Werte optional sind, entsprechend muss ich auch prüfen, wenn ich jetzt darauf zugreifen möchte, in dem Fall wird es gehen, Undefined to String, nur ich will ja nicht, dass all meine Interfaces so aussehen, weil es fachlich wahrscheinlich immer noch falsch ist, dass es optional ist, und dann gibt es in TypeScript die Möglichkeit, mit so einer Generic-Schreibweise, die gehen, kann ich jetzt sagen, erzeugt einen neuen Typen, der übernimmt die Struktur von Person, aber alle Werte da drin werden jetzt optional, das heißt, es gibt keinen Grund, sowas hier zu wiederholen, sondern ich kriege das so implizit. und das Schöne daran ist, dieses Feature geht nicht über Compiler-Magie, sondern das kann ich mir beliebig selber bauen. Es gibt noch ein Schlüsselwort Type, das ist im Grunde wie ein Alias, ein Shortcut für einen Typen, ich könnte sagen, Type X ist Number, und das kann ich überall, wo ich sonst Number schreibe, könnte ich X schreiben. Man sieht schon mal sowas, dass ich sage, dann könnte ich hier sagen, Typ String Array, also furchtbar, aber für komplexere Dinge vielleicht sinnvoll. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern ich brauche diese Syntax, um diese Partials zu definieren. Es gibt, ich tippe erst mal kurz, dass ich jetzt sage, ich tippe es einmal kurz, ach so, hier brauche ich natürlich Jane, ich tippe es einmal hin, dann kann ich es danach erklären. Upsa. Und der kommt nach unten. Das ist genau das, was im Compiler nämlich steht. Mal gucken, wo der meckert. Key auf, ja, stimmt aber eigentlich. Irgendwas zu übersehen. Ach so, ja klar. So. Also ich erkläre jetzt sofort, worum es noch nicht geht. Aber was macht diese Syntax? Es ist wie so eine Interface-Definition, aber ich habe hier eckige Klammern drum, das kann man sich wie so ein Expand vorstellen. Und was ich hier sage, ist, für jeden Key, für jedes Property in meinem Typen T, also generische Typen T, für jeden da drin, den nehme ich jetzt unter P, das ist wie so ein ForEach, also für jedes P in T, das wäre dann Name, Age, Location, wiederhole diese Zeile, das ist so mit den eckigen Klammern angedeutet, und der Typ davon ist in meinem T das P wieder nachgeschlagen. Also ein bisschen Meta, das heißt ein bisschen ziemlich Meta. Aber hier könnte ich jetzt sagen, deswegen meckert er eben auch, jeden dieser Properties mache ich jetzt mit dem Fragezeichen hinten dran optional. Und schon habe ich eine generische Schreibweise, um für beliebige Typen in meinem System alle Members zu modifizieren. Ich könnte auch sagen, all meine Typen, wir hätten jetzt zum Beispiel Arrays mit ihren gleichen Typen. Und was jetzt Person ist, ich mache hier wieder so kurz ihn ärgern, wenn ich jetzt Age nachschlage, dann ist das jetzt ein Array von Numbers. Also recht abgefahren. Das wird nicht nur genutzt für Partial, sondern auch zum Beispiel für Read-Only, dass man sagt, dieses Objekt darfst du nicht mal modifizieren. Ich markiere alle Member als Read-Only. Das kann ich dann machen, indem ich hier vorschreibe, Read-Only. Das ist natürlich partial, ein blöder Name, also da mal drüber hinwegsehen. Und wenn ich jetzt versuche, was zuzuweisen, sagt er, nee, geht nicht. Can I design to Age because it's a constant or read-only property. Schon habe ich aus meinen generischen, also flexiblen Interfaces liebe Weiterentwicklungen gemacht. So. Ja, bitte. Das war, haben wir ja jetzt aber genau die Falle Head-For-Interface mit Fragezeichen. Fragezeichen geschrieben, also alle Portis Optional gemacht. Habe ich nachher in der Laufzeit die Möglichkeit zu überprüfen, ob es dann letztendlich eine valide Person ist, wo alle Felder nicht mehr optional sind, sondern die Welt? Die Frage war, wenn ich hier mit optional arbeite und ich eben alle Felder markiere als optional, ob ich denn dann die Möglichkeit habe, zur Laufzeit zu fragen, hat Personen jetzt für alles einen Wert? Antwort, nein. Weil es ist in dem Fall valide, keinen Wert zu haben. Deswegen gäbe es kein Konzept von hat alles einen Wert. Das müsste man quasi per Hand machen, dass ich über alle, ne, doch schwierig. Ich wollte gerade sagen, man könnte über das Objekt durch das iterieren und gucken, welche Werte da sind, aber ich weiß nicht, welche Werte da sein müssten. Deswegen besteht die Möglichkeit nicht zur Laufzeit. Wenn ich jetzt eine Paragel für Person hätte, dann könnte ich nicht prüfen, in der Funktion später ist Type of Person. Weil das ja eine strukturielle Prüfen wird. Wenn ich eine Frage wiederhole ich nicht. Ich beantworte es, ich hoffe, es wird auch ein bisschen klar. Die strukturelle Prüfung findet zur Compile-Zeit statt. Die Frage zielt darauf ab, kann ich zur Laufzeit da irgendwas prüfen? Und ein ist das Type of gleich oder Instance of gleich bezieht sich immer nur auf die Compile-Zeit. Zur Laufzeit wird beim Instance of nur geguckt, was wurde da mal instanziert? Und in dem Fall ist das hier keine Instanz von etwas, das ist ein Plain-Object. Das heißt, die Prüfung würde fehlschlagen. Das letzte Feature wäre noch Async-Await. Das gebe ich mir kurz wegen anderen Folien. Geht es um asynchrone Handlungen, kann ich nachher sonst machen und ihr geht sonst, wenn ihr zum nächsten Termin müsst. Module. Es gibt in JavaScript verschiedene Standards. Common JS ist das, was in Node verwendet wird. AMD ist eigentlich tot, kann ich mehr merken. und in quasi jetzt der aktuellen JavaScript-Version gibt es auch native Module. Das Schöne ist, egal welche TypeScripts, unterstützt die alle. Das ist ein reiner Compiler-Flag, zu welchem Modul-System ihr mir den Code generieren soll. So sähe die Syntax aus. Ich will auch nur anteasen, dass es das gibt. Entscheidend ist, eine Datei, in dem Moment, wo sie so ein Export stehen hat oder ein Import hier unten, wird es automatisch zu einem Modul. Dann ist es automatisch nicht mehr global, was hier steht. Das ist dann privat quasi. Die Klasse wird exportiert und dann kann ich mit dieser Schreibweise Utils aus der Datei mir die Sachen holen. Will ich gar nicht mehr erklären. Ich denke, jeder hat jetzt eine Idee, wie das aussieht und im Zweifel nochmal angucken. Das muss ich leider auch skippen. Bildsysteme. Ich hatte mal eine Folie mit, es geht Grunt und Galb und das und dies. Spare ich mir mittlerweile alles. Wenn ihr noch nichts habt, verwendet Webpack. Hier der Name. Das finde ich das sinnvollste und beste System. Wenn ihr ein anderes System verwendet, wie Galb, Grunt und Co., kann man das verwenden. Und dann würde ich jetzt eh nicht sagen können, verzichtet darauf und wechselt das. Also egal, was ihr einsetzt, man kann es einbinden, TypeScript. Wenn ihr noch nichts verwendet, Webpack ist das schönste Tool. Ich wollte unbedingt die Folie noch kurz zeigen, weil da die Frage schon war, welchen Editor ich benutze. An sich, alles opinionated, nur meine Meinung, jeder darf widersprechen. Die schönsten Tools aber für Entwicklung sind für mich derzeit die JetBrains Tools. Es recht als Java-Programmierer, das IntelliJ ist superb. Die Web-Tools, HTML, SaaS, CSS und Co. Und halt eben auch TypeScript ist auch exzellent. Und das Web-Storm kostet glaube ich 100 Euro. Das ist dann speziell für Web-Entwicklung hervorragend. Es recht die HTML-Features, TypeScript auch, alles wunderbar. Wenn man nur TypeScript betrachten möchte, ist sehr gut Visual Studio Code. Das Code ist ganz wichtig. Auch von Microsoft. Basiert auf Elektron, das ist von GitHub. Letztlich ein Chrome-Browser, ohne Bookmarks, ohne Settings, sondern reiner Viewer letztlich. Und die haben tatsächlich darüber einen Editor gemacht. Würde man aber nie denken, wenn man den bedient, rasend schnell. Und die haben exzellentes TypeScript, sogar besser. Das ist ein Tipp und in einer Millisekunde kommen Completions. Das funktioniert hervorragend. Gibt es für Linux, Step-Pakete, RPM-Pakete, anderen Betriebsen natürlich auch. Also wenn ihr nur mal testen wollt, ist das so die Empfehlung. Atom, das ist das von GitHub, hat auch ein sehr gutes TypeScript-Plugin. Hat aber da nichts, was in Visual Studio Code nicht auch wäre. Und sobald man Richtung Web-Entwicklung geht, HTML und Co. ist WebStorm dann, also die JetBains-Produkte, eigentlich am besten. Das Fazit ist nicht so wichtig. Also das, was hier steht. Die erste Zeile ist noch ganz nett. Das ist online, kann man mit dem Code rumspielen. Ich empfehle euch aber, wenn ihr das machen wollt, ladet euch Visual Studio Code runter. Da müsst ihr sonst nichts zu haben. Der Compiler ist direkt dabei. Da könnt ihr mit rumspielen. Ich denke, das Wichtigste, was ich euch sagen muss, ist die letzte Zeile. Wir nutzen das jetzt bei uns seit zweieinhalb Jahren. Anfangs war das ein bisschen ungewohnt. Aber ab jetzt, ich kann mir wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne TypeScript zu arbeiten. Die Frage war ja auch, vorhin ist das ein ECMAScript-Feature. Mir ist das sogar egal, weil ich würde gar nicht auf die Idee kommen, nur ECMAScript zu verwenden. Also ich würde nur noch TypeScript benutzen wollen. Deswegen eine exzellente Sprache, die den perfekten Sweet Spot für mich trifft, zwischen statisch und streng und dann doch Pragmatismus. dann doch mal ein Any, weil man nun mal Legacy, JavaScript-Code oder sowas hat und man hat nie das Gefühl, dass die Sprache cleverer ist als man selber. Also wunderbar pragmatisch. Also ich kann es euch sehr empfehlen. Ich würde sagen, Punktlandung. Dann schon mal danke für die Aufmerksamkeit. Ich denke, Puff haben wir eh, also bei Fragen kann ich natürlich noch, bleibe ich natürlich noch. Ja. Einmal gehört, dass TypeScript-Features zuerst gekommen sind, die später beim ECMAScript auch aufgetaucht werden. Gab es dann die Dev-Probierung? Frage war, dass es scheinbar mal Features gab, die zuerst in TypeScript waren und dann später auch ein ECMAScript kam. Es ist tatsächlich bis jetzt immer gut gegangen. Also die schauen recht weit manchmal in die Zukunft, was kommt in der übernächsten ECMAScript-Version und wenn sich herausstellt, kristallisiert, dass das wohl auch kommen wird, definitiv, dann bauen die das schon ein. Und der Konflikt entsteht natürlich, dass nachträglich oder sich in dieser Entwicklung noch die Spezifikation ändert. Dann würde TypeScript sich überlegen, wie sehr ist das schon gesetzt? Verwenden das Leute? Machen wir das rückgängig? Machen wir beides? Bisher ist das nie ein Problem gewesen. Ich habe noch eine Frage zum Best Practice. Und zwar geht es letztendlich um die Außenlieferung, das Fertig, Compile, und da, was wir uns von ganz gibt. Und zwar interessiert mich die Frage, ist es intelligenter, den Code vom Editor beendet zu lassen, um beispielsweise zwei und dann Fertig, Compile, und Skripte ins GitHub zu pushen, oder sollte man dann nachher selber tatsächlich das Ganze normal kompilieren und dann das, was der Server ausliefst? Die Frage war, Best Practice, glaube ich, wann ich vor allem kompiliere. Also, wenn ich eine Software ausliefer, immer nur JavaScript ausliefern, also nur das Kompilat. Das TypeScript spielt ja gar keine Rolle mehr. In GitHub, also im Repository, liegt natürlich der ursprüngliche Source Code. Ich hoffe, ihr habt die Frage da richtig verstanden. Das war die eigentliche Frage, dass es kommt, die EFL muss, ist klar, aber wann ist es am besten? Ganz am Anfang, so früh wie möglich. Ja, nicht gerade vom Editor, man will ja auch CI haben, also irgendwie einen Bildprozess, aber irgendeine Bildumgebung, die bei einem Entwickler läuft und dann gibt es irgendwo einen Knopf, baue mir ein Delivery und dann wird da nochmal kompiliert und JavaScript hat Timing generiert. Also es gibt immer den Knopf, dass die Editoren kompilieren, aber das ist nur zum Spielen. Okay, vielen Dank.